Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu anno 1800 meine lieben Freunde und wir bauen heute hier die Hochrad, Hochrad ist das richtige Wort, die Hochradwerkstatt, um hier den Leuten Hochräder zu liefern, äh sie ist da, Kautschuk dauert noch bis das da ist, wo sind meine Schiffe denn die angekommen sind, die ähm da. Die müssen wir mal ausladen, Gott wir müssen das, die ganzen Bücher, müssen wir auch irgendwann alle rüber nach Cap Trelawney liefern, weil da ja unsere Hauptinsel entstehen soll irgendwann mal, das wird natürlich noch spaßig, apropos Hauptinsel, wir müssen mal hier gucken, vielleicht hier nochmal irgendwie, dass wir hier mit dem auch mal unmöglich, Warum ist das unmöglich? Ich meine Sie haben recht, meine Vorhaben sind alle kriminell unterfinanziert, geradezu geschmackvoll Erfolg ist aber jetzt mittlerweile nur noch eingeschränkt, also warten wir da mal ab, ich will auf jeden Fall mit dem auf gutem Fuß stehen, weil Krieg will ich mit dem noch nicht Und was ist hier los? Ach, die haben wieder keine, ach je, ich dachte das würde reichen hier, aber offensichtlich, oh die Pelzmäntel, wir haben zum Glück noch ein paar auf der Tasche, aber wo ist denn mein Pelzchef? Hier, 20 Pelze lieferst du immer, das scheint zu wenig zu sein für die, aber die Produktion ist ja auch ordentlich nach oben geschnellt, dadurch dass jetzt hier plötzlich Strom available ist, vielleicht reicht dann ja nur eine Fabrik, die sind hier zu dritt dran, die zu verarbeiten, das ist natürlich fragwürdig Da ist mal einer ab Hier fehlt Kautschuk Ja, Reaktion, Reaktion, die kommt ja dann demnächst So, wer hat denn hier was geladen? Nein, ja, du fährst direkt mal ganz schnell in die neue Welt Bye, bye So, alles mal hier reingewemst Sind unterwegs So, dann haben wir die auch schon entladen und dann lassen wir die nach Cap Chalorni fahren Einfach nur um Präsenz zu zeigen So Da kommt das Fischschiff So, ihr fahrt alle mal nach Cap Chalorni Apropos Cap Chalorni, da müssen wir auch nochmal vorbeischauen Denn wir können, glaube ich, hier auch mal Ich experimentiere mit Variablen Nochmal hier so eine, also einen Anteil erwerben Ja, puh, teuer, aber machen wir Erwarten Sie bloß nicht, dass ich klein beigäbe Wirst du Wir könnten auch gucken, dass wir, warte mal, war nicht in der alten Welt Sie haben an Einfluss gewonnen Ne, in der neuen Welt Nein, in der neuen Ist das für euch Hotkeys? Werft mich ein bisschen Ähm, ne, da müssen wir mal fragen Gucken wir nochmal gerade Aufgabe ersuchen Er darf vielleicht auch nochmal ein bisschen punkten Wirtschaftlich ist der gar nicht so erhält Jetzt mal Oh, hier nochmal Oh Wollen wir uns ein bisschen mit dem eingeschleimt Dann geht das schon So, hier Leute, da kommt jetzt der erste Kautschuk an 150 Also mehr kann hier auch nicht geladen werden Das ist halt das Problem Wir brauchen hier auf jeden Fall Ähm Steine, dass andere Schiff muss ankommen Damit wir hier bauen können Aber denen geht's gut hier Denen geht's gut Die haben, brauchen die Ponchos noch gar nicht Sehe ich gerade Ach, und stimmt, die brauchen rum Ich muss nochmal gerade Das hat ja Das hat ja vier Slots Ein neuer Auftrag Hat vier Slots Dann machen wir nämlich folgendes In, was ist das? Gua Guayati Laden Rum In, äh Ära Preta Entladen rum Aber nur 15 rum Wenn geht Annehmen So Habe ich jetzt 16 gemacht So Okay, gut Und die erste Ladung Kautschuk Macht sich hier auf den Weg Das ist doch nicht schlecht Können die ja Brauchen die eigentlich auch Strom Also ne, alles was jetzt hier ist Arbeitet nicht wirklich schneller mit Strom Weil hier auch überall Öl ist Das wundert mich ein bisschen Wofür brauchen wir hier Öl? Ach, die brauchen auch immer Nähmaschinen, oder was? So sehen doch keine Melonen aus, Leute Das sieht aus wie ein Hut Äh Hier, was ist das? Boxkampf-Arena Hier Die Garn Okay Zum Glück haben wir doch Ich dachte, dass wir Dass jetzt die Bilanz leidet Aber das ist nicht so Das ist gut Gucken wir uns mal die Kautschuk-Plantagen hier an Guckt euch das an Alles die gleichen Bäume Hier schöne Monokultur rausgehauen Und überall die Eimer drunter Überall die Kautschuk-Eimer drunter Hier wird gekautschuckt Was das Zeug Im Hintergrund noch der Der alte Regenwald Der aber auch noch Da wird alles weggemacht Alles kommt hier weg Freunde Brauchen wir uns gar nicht Darüber unterhalten Gibt's kein Regenwald mehr bald Alles wird Kautschuk Oder sonstiges Zeug Was da noch kommt Klar Logisch Da müssen ja auch mal Jetzt noch Feuerwehr werden Nicht so schlecht Kirche wollt ihr bestimmt auch haben Ich bin ja nett Ich bin ja nett So Okay Die sind unterwegs So Dann müssen wir jetzt mal gerade gucken Ja komm Wir gehen jetzt mal in die alte Welt Und hauen da jetzt mal einen raus Wir hauen da jetzt mal einen raus Hier Ähm Da oben diese Insel Die wollen wir jetzt besiedeln Beziehungsweise Eigentlich will ich die nicht besiedeln Hier soll eigentlich nur Industrie drauf Das bedeutet eigentlich Könnte man Besucher Pendlerhafen bauen Aber ein paar wären vielleicht auch nicht so schlecht Wir haben vor allen Dingen auch Diejenigen die hier arbeiten sollen Sind ja eigentlich Arbeiter Die meisten denke ich Und da haben wir ja hier gar nicht so viele Dann über Auf ihren Befehl Dann bauen da schon ein Arbeiterdorf auch hin Würde ich sagen Oder Macht doch keinen Sinn Also hol dir erstmal Holz So Du holst mal nur Holz Aber wir haben ja jetzt hier auch noch den Herold Der Herold Der holt jetzt auch noch ein paar Sachen Und zwar Steine Stahl Holen wir auch schon mal Und ein paar Fenster Was soll's denn Ein neuer Auftrag Schön Baumaterial hier nach oben Und dann gucken wir mal Hier wird viel gejagt Das ist unsere Jagdinsel Sehr schön Denn die brauchen jetzt natürlich noch Die Hochräder sind jetzt glaube ich erstmal gesichert Würde ich fast sagen Wenn der Kautschuk hier ankommt Dann geht die Produktion los Dafür brauchen wir aber auch wiederum mehr Guck mal hier ist überhaupt kein Eisen mehr jetzt Der bringt hier 20 Was braucht denn hier noch Eisen eigentlich Was verbraucht hier noch Eisen Hier Stahlbeton Fuck Ja 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 Das ist nicht gut Stimmt Ich stelle hier auch Dings her Jetzt ne Moment noch Der aber auch rüber geliefert wird Aber wir haben ja hier noch ne Ne hier nicht noch Ne 2 2 Okay ne dann ist gut Da müssen wir wirklich drüben Müssen drüben Eisen produzieren Das hilft nix Ähm Aber ich denke Dass wir trotzdem um diesen Pendlerhafen Nicht drum rum kommen Wieso sind die Ingenieur Ah ne sind sie nicht Okay Pendlerhafen Das ist halt wieder so Arsch Teuer das Teil Einfach Pendlerkai Unterhaltungskosten 1000 Das ist halt echt Viel Einfach Jetzt müssen wir mal zurück in die neue Welt Denn dort ist das Schiff angekommen Hier Die Pilleente Was auch immer das jetzt soll Äh und ich hole jetzt mal hier ein bisschen Steini Rüber Ach Drücken sie Leertaste Drücken sie Was Komma Stimmt nicht Stimmt nicht Ist kein Hotkey Keine Ahnung Kann man wahrscheinlich einstellen Erwarten neue Horizonte Da war schon echt großen Kontor Schlecht Nicht schlecht Was hatten wir hier Wir haben 2-2 Aber Messing und Kupfer Haben wir hier auch Werden das hier komplett ausnutzen Seid ihr euch Hier wird Hier wird komplett alles abgebaut Ein neuer Auftrag Da 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 So Ziegelstein erstmal reingeworfen Hier Stahl schon mal reingeworfen Hier ein bisschen Fenster reingeworfen Holz So Aber ihr fahrt auch direkt Wieder zurück Wir müssen wahrscheinlich Noch viel mehr kommen Okay Wir haben hier 200 Arbeitskräfte Schon mal Per se Aber wir werden jetzt Hier trotzdem auf jeden Fall Ein kleines Dorf bauen Würde ich sagen Schlecht Ja 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 In Ohnedorf ist es natürlich auch Kacke. So. Holzproduktion sollten wir auch bauen. Eine kleine. Der Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ach, hier kann ich gar kein Alkohol für die Bauern brauen. Okay. Sie haben an Einfluss verloren. Oh. Okay, das heißt, die haben jetzt schon mal hier die Grundvoraussetzungen, denke ich. Nochmal zurück in die neue Welt. Da ist das Schiff auch mal angekommen. Hol mal Stein. Wo sind sie? Wie sieht es aus mit den Hochrädern? Ist jetzt hier die Produktion angelaufen? Ist der erste Kautschuk da? Wo ist man da? Oh ja, das läuft. Das läuft sehr gut. Guck mal gerade. Wo sind sie? Da. Noch geht es runter, aber das wird schon. Also Kautschuk ist auf jeden Fall da. Eisen ist halt jetzt das Problem. Wir brauchen hier viel, viel Eisen. Dann hier müssen wir auch hier mal Holz hinholen, aber die sind auf dem Weg. Steinkohle. Steinkohle. Kaffee besser geht immer machen wir mit dem Alkohol bei euch hier auf den Insel konnte ich es noch herstellen kann man die Fruchtbarkeit vielleicht kaufen aber will ich das ich meine ich könnte auch einfach bisschen Alkohol hier hin liefern das sollte auch nicht das Problem sein wenn die Route dann hier gemacht wird das sollte eigentlich auch laufen dies sollte nicht das Problem sein so jetzt hier nochmal gerade gucken ist doch eigentlich die Produktion wenn alles da ist mit den Hochrädern ja die geht nach oben die geht nach oben solange Eisen da ist solange Eisen da ist das ist natürlich das Problem hier ist die Eisenmine hier ist die Kohlemine wir brauchen hier vor allen Dingen Holz ich meine die fangen jetzt an ach die können auch schneller arbeiten oder was aber dann brauche ich auch mehr Holzfäller richtig übrigens hier habe ich einen Holzfäller abgerissen hat sich das irgendwie ausgebildet nö noch nicht kann sein dass es ein bisschen weniger wird aber noch ist genug da ist auch weil die weil die Bretter es werden ja momentan auch keine Bretter mehr gebraucht hier beziehungsweise ich habe doch gerade 150 Bretter das ist komplett nachproduziert worden das ist natürlich krass und hier mal komplett jetzt einfach mal Holz und nochmal ein paar Steine noch mehr Holz naja es wird spannend aber da kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal ordentlich Eisen reingewemst ähm ich muss mal gerade gucken wir brauchen Eisen für die Dampfmaschinen und die Hochräder normales Eisen naja okay das werden wir hier komplett produzieren dann das hier ist jetzt die Frage Attraktivität minus 10 seht ihr muss ich eigentlich auch hier produzieren dafür brauche ich auf jeden Fall den Pendlerhafen äh Messing wird hier produziert wow Kupfer und was war das Zing haben wir hier beides das heißt einmal Messing kriegen wir hier also das produzieren wir komplett hier ist hier Öl ne also das wäre wahrscheinlich nicht schlecht wenn die auch hier Öl kriegen würden ach guck mal hier ist Treibstoff also Öl Eisenbahn in den Ölhafen und an die Treibstoffe der Tankhof verteilt Treibstoff an alle Traktoren in Reichweite ach das ist eine Tankstelle quasi okay und die kriegt die muss auch angeschlossen werden ans Bahnennetz okay das ist natürlich interessant aber das ist Late Game das ist Late Game Leute wir sind im Early Game oh mein Gott ist das viel ey das Spiel ist krass muss man einfach sagen ähm Leute die Folge ist zu Ende ja ein bisschen was wieder geschafft würde ich sagen ähm die neue Eiseninsel geht an den Start wahrscheinlich in der nächsten Folge wird das erste Eisendage abgeklöppelt und darauf freue ich mich ich sage jetzt erstmal hier tschüss macht es gut bis zum nächsten Mal hier bei Arno 1800 euer Brilli ciao ciao